Koran Kapitel Saba mit neuer Hochdeutscher Übersetzung Übersetz geschrieben und gelesen von Senat Brick Echre sei Gott, dessen alles in den Himmeln und auf der Erde ist, und er sei ihm in der anderen Welt. Er ist weise und bewusst. Er weiß, was in der Erde eindringt und was aus ihr herauskommt und was vom Himmel herabsteigt und was zu ihr aussteigt. Er ist barmherzig und verzeichert, und diejenigen, die nicht glauben, sagen, Unsere Stunde wird nicht kommen. Sag, es wird kommen bei dem Herrn, der das Unbekannte kennt. Es wird sicherlich zu dir kommen. Nicht einmal das Gewicht eines Staubs wird ihm entkommen, weder im Himmel noch auf der Erde. Es gibt euch nichts Geringeres oder Großeres als das, ohne dass es in einem klaren Buch steckt. Um diejenigen zu beleuchten, die Glauben und gute Taten vollbringen, gibt es für sie Vergebung und edle Versorgung. Und diejenigen, die gegen meine Zeichen ankampfen, indem sie versuchen, sie zu widerlegen, werden mit schmerzhaftem Dreck bestraft. Wachen diejenigen, denen Wissen gegeben wird, sagen, dass das, was vom Herrn zu euch herabgesandt wird, Und dass es auf den Weg der Machtigen und Verherrlichten fürcht, und diejenigen, die nicht glauben, sagen, Mochten sie, dass wir ihnen einen Mann zeigen, der behauptet, dass wir, wenn wir vorlieg zerfallen sind, Alles andere Geschöpfe neu erschaffen werden, erfindet er Lügen über Gott, oder ist er von Dämonen besser? Im Gegenteil, diejenigen, die nicht an eine andere Welt glauben, werden bestraft und sind weit in die Ehre, gegangen, sächen sie nicht, was an den Himmel und der Erde vor ihnen und hinter ihnen ist. Wenn er will, wird er die Erde sie verschlägen lassen. Wenn er will, wird er die Erde sie verschlägen lassen, oder einen Teil des Himmels auf sie fallen lassen. Darin liegt ein Zeichen für jeden Diener, der ihn anspricht, und David werde gesegnet. Oh, Hügel, fährt mit ihm und mit den Vogeln, Und ihm wurde beigsames Essen gegeben. Mache da Rüstungen für den Kampf, und mache sie präzise und tue gute Werke, denn ich sehe, was du tust. Und zu Salomon, der Wind, der morgens einen Monat lang und abends ebenso weizwecht, Weizwecht und eine Kupfermiene, um es zu schmelzen, und die Dämonen, die nach dem Seelen des Herrn für ihn arbeiteten, Und wenn einer von ihnen sich gegen den Befechelwand, werde er mit der Flamme bestraft. Sie bauten für ihn, was er wollte. Verstunden, Denkmaler, Becken zur Wasserspeicherung, Wasserspeicherung und riesige Stationarkessel. Arbeite, Familie David, mit Dankbarkeit, und nur wenige meiner Diener sind dankbar. Als dann sein Todfest Als dann sein Tod festgestellt wurde, Däutete ihnen nichts auf seinen Tod hin, Außer einem Tier auf der Erde, Das nach einer gewissen Zeit anfing, In seinen Stab zu beißen, So dass dieser herunterfiel, Und dann wurde es den Dämonen ganz klar, Dass sie, Wenn sie nur das Unbekannte wussten, Nicht wederhin unter schandlicher Strafe leiden müssten. Und für Saba gab es ein Schild an ihrem Wachnort, Garten, Zur Rechten und zur Linken, Ist die Versorgung des Herrn, Und sei ihm dankbar, Denn du hast ein so gutes Land Und einen verzeichenden Herrn. Aber sie wägerten sich, Und so wurde wegen eines gebrochenen Dams Eine Überschwemmung über sie geschickt, Und ihre Garten werden durchgarten, Mit bitteren Fruchten, Einigen Tamarischen Und nur ein paar Zitterbaumen ersetzt, Sie wurden auf diese Weise bezahlt, Weil sie unter waren, Und niemand wird auf diese Weise bezahlt, Außer den Unglaubigen Und zwischen ihnen und den gesegneten Staaten Und zwischen ihnen und den gesegneten Staaten Er platzierte andere Staaten Und bestimmte die Entfernung zwischen ihren Reisen, Reisen sie Tag und Nacht sicher an ihnen vorbei, Aber sie sagten, Herr, verlangere die Entfernung Und so taten sie sich selbst Böses an uns, Es blieben nur noch Geschichten über sie übrig, Weil sie durch vollige Zerstreuung Zerstreut werden Dies ist ein Zeichen für alle, Die geduldig und dankbar sind Und Iblis hatte mit seiner Anachmeracht Und Iblis hatte mit seiner Anachmeracht Anachmeracht Denn alle folgten ihm Denn alle folgten ihm Außer der Gruppe der Glaubigen Und er hatte keine Autorität über sie Außer, dass diejenigen, Die an eine andere Welt glauben Und diejenigen, Die daran zweifeln, Bekannt sind Und der Herr, Der Hörter von allem ist Sagen sie Rufen sie diejenigen an Von denen sie behaupten, Dass sie Gott am nachtsten stechen Sie haben nicht das Gewicht Eines Staubes in den Himmeln Oder auf der Erde Und sie sind nicht mit ihm verbunden Noch hat er irgendeine Unterstützung von ihnen Und Mediation wird niemandem nutzen Außer denen, Die er zulacht Und wenn die Angst aus ihren Herzen Verschwunden ist, Fragen sie Was hat der Herr gesagt? Sie antworten Wacherheit Er ist der Hochste und Groß Fragen sie Wer versaut sie vom Himmel Und von der Erde Sagen sie Gott Gott Sind wir oder sie also Auf dem richtigen Wenn oder eindeutig Im Irrtum Sagen sie Sie werden nicht gefragt Was wir getan haben Und wir werden euch nicht gefragt Was sie getan haben Sprich Der Herr wird uns versammeln Und dann zwischen Und die Wacherheit auf Deck Er ist der Öffner Und weiß es Sagen sie Zeigen sie denen Wie sie mit ihm verbinden Vielmech ist nur Er alle in Gott Der Machtige und Weiße Und du wurdest nicht gesandt Außer um alle Menschen Glücklich zu machen Und sie daran zu erinnern Aber die meisten Menschen Wissen das nicht Und sie fragen Wann wird dieses Versprechen erfüllt Wenn sie es Ernst meinen Sprich Für euch ist Bereits Ein Tag Festgesetz Dessen Erfüllung Ihr nicht um Eine Stunde Verzogen Und euch nicht Beschlaunigen Könnt Damit Erfordert Festgesetzen Zeit Eind Und sie fragen Let's do this again One of your Jesus Versprechen erfüllt Wenn sie es Ernst meinen So you gotta act Like they are You know Drunk Evil Disbelievers Hypocrites You know This is their true Speech You know You might never Heard of it But sometimes They show The true Face And the true Speech Like I said This book Is like a Movie script It's such a Pleasure To read Sprich Für euch Ist Bereits Ein Tag Fest Gesetzt Fest Gesetzt Dessen Erfüllung Ihr nicht Um eine Stunde Verzorgern Und euch Nicht Beschlaunigen Könnt Damit Erfordert Fest Gesetzt Fest Gesetzen Fest Gesetzten Fest Gesetzten Fest Gesetzten Zeit Eintritt Und diejenigen Die nicht glauben Sagen Hey look at This You gotta Make a movie I'm making It If nobody Is I'm making It right now See Just like I make Hobbit And Lord Of The Rings By reading The books That's the Best movie You can Use your Imagination To picture This chapter This chapter Describes These Believers You know Very much Their Questions And There is Answer For Them As well Sorry The answer For Them Again Sprich For Euch Is Bereits Ein Tag Fest Gesetzt Fest Gesetzt Dessen Erfüllung Ihr nicht Um Eine Stunde Verzöge Und Euch Nicht Beschraunigen Könnt Damit Er vor Der Fest Gesetzten Fest Gesetzten Zeit Eintritt Und Dienigen Die Nicht Glauben Sagen You have to Change the Voice each Time You know You can't Have the Same Voice For Believers Disbelievers For Angels For Gods For Satan You know You can't Be like That guy You know In a Movie He says He's Gonna Act Both Jesus And Judas You know You can't Act Both Different Characters Opposite To Each Other But I Guess She Was Able I Guess But You Can't Do It In The Same Movie Anyways We Weren Niemals An Diesen Koran Glauben Noch An Das Was Da War Und Wenn Sie Nur Sechen Könnten Wie Die Über Taute Buhl 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 Tater Unterein Anderen Unterein Anderes Treten Wenn Sie Vor Dem Herrn Stechen Stechen Damit Die Unterdrückten Zu Den Stolzen Zu Den Stolzen Sagen Ohne Euch Waren Wir Glaubigen Und Die Stolzen Werden Zu Den Unterdrückten Sagen Haben Wir Euch Von Der Rechtleitung Rechtleitung Abgewandt Nachdem Sie Euch Bekannt Geboren War Im Gegenteil Ihr Wort Bereits Sünder Und Die Jenigen Die Unterdrückt Wurden Werden Zu Denen Sagen Die Stolz Waren Im Gegenteil Du Hast Tag Und Nachttricks Ersohnen Als Du Uns Gezwungen Hast Nicht An Gott Zu Glauben Und Ihn Mit Anderen Gleicht Gleicht Zu Sätzen Gleicht Zu Sätzen Und Sie Alle Werden Voller Ruhe Sein Wenn Sie Die Strafe Sechen Und Dann Werden Denen Die Nicht Glauben Versellen Um Den Hals Gelegt Werden Sie Was Sie Getan Haben Und Es Werde Keine Erinnerung An Eine Stadt Geschickt Ohne Ohne Dass Ihre Wochenhabenden Leute Sagt Wir Glauben Nicht An Das Womit Du Geschickt Werdest Und Sie Sagen Immer Noch Wir Haben Viel Vermögen Und Kinder Also Werden Wir Nicht Bestraft Sprich Der Herr Versorgt Wenn Er Will Und Halt Ihn Zurück Aber Die Mainsten Menschen Wissen Das Nicht Und Weder Rechtum Noch Kinder Werden Dich Im Nachher Bringen Sondern Nur Wenn Du Glaubst Und Gute Taten Tust Solche Werden Einen Doppelten Lohn Für Ihre Taten Erhalten Und In Hohnen Wachnungen Sicher Seien Und Die Versuchen Seine Zeichen Zu Wider Legen Werden Bestraft Sprich Der Herr Gibt Seinen Dienern So Viel Wie Er Will Und Halt Ihnen Vor Und Was Euch Immer Du Gibst Er Wird Alles Vergelten Denn Er Ist Der Beste Versorger Und An Dem Tag An Dem Er Sie Alle Versammelt Wird Er Dann Zu Den Engel Sagen Haben Diese Dich Angebetet Angebetet Sie Werden Sagen Er Seid Wir Waren Nichts Ihre Beschützer Neben Dir Viel Mich Ver 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 Rech Ver Rech Er Ver Rech Ver Rech 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 Den Sie Dämonen Viel Mich Ver Rech Rech Sie Dämonen Unglaubten Großen Teils An Sie Und Glaubten Großen Teils An Sie An Diesem Tag Werden Sie Einander Weder Nützen Noch Schaden Können Und Zu Den Übel Tattern Wird Gesagt Erlebt Die Strafe Im Feuer Die Irre Ein Lüge Gehalten Habt Und Als Ihnen Seine Klaren Beweise Vergelegt Werden Sagen Sie Er 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 Ist Nichts Anderes Als Ein Mann Der Euch Von Denen Abbringen Will Die Eure Vater Verrechert Haben Und Und Die Sagen Euch Das Ist Nichts Als Eine Erfundene Lüge Und Die Erfundene Die Nicht An Die Wacherheit Glauben Die Zu Ihnen Gekommen Ist Sagen Immer Noch Es Ist Nichts Als Offensichtliche Magie Und Es Wurden Ihnen Vorher Keine Bücher Gegeben Um Sie Zu Lernen Und Es Wurde Ihnen Vorher Keine Erinnerung Geschickt Und Sie Dachten Euch Dass Es Euch Eine Lüge Se Eine Lüge Sei Die Vor Ihnen Und Sie Haben Nichts Einmal Ein Zechentel Von Dem Was Ihnen Gegeben Wurde Also Dachten Sie Dass Die Boten Falsch Sehen Sehen Wie War Also Meine Zurecht Weisung Sagen Sie Ich rate Ihnen Nur Eines Stellen Sie Sich Zu Zweit Oder Einzeln Vor Gott Und Überlegen Sie Es Sich Dann Gut Denn Ihr Begleiter Ist Nicht Von Dämonen Besessen Und Dient Nur Dazu Sie Vor Der Schweren Strafe Zu Erinnern Sag Welche Belochnung Euch Immer Ich Von Dir Verlangen Mag Behalte Sie Für Dich Denn Gott Wird Mich Belochnen Und Er Ist Der Zeuge Für Alles Sprich Der Herr Präsentiert Die Wacherheit Weil Er Das Unbekannte Kennt Sag Die Wacherheit Ist Gekommen Und Die Luge Ist Verschwunden Und Wir Nicht Wieder Kommen Und You Probably Might Notice Some Of You I Don't Always Act Okay So It Takes A Lot Of Energy And Effort So I Do Read It But I Know What I Am Reading So It Is Comprehension But I Don't Always Get Into Emotional Acting You Know Like Emotional Language You Know Just Like There Is Body Language There Is Also Emotional Language That You Can Notice The Difference In The Voice And All First Time Reading It So It Will Get Better In The Future You Know I Know What I Am Reading I Know What I Am Doing But It First Time Will Will Are That Un Bekan To Can Say The Wacher Heids Is Gekommen Und Die Luge Is Verschwunden und wir nichts weder kommen." So, ich habe das schon gelesen, damit Sie sehen, die nächste Zeit ist schon besser. So, manchmal kann ich ein Paragraph oder ein paar Worte oder Lines sagen, wenn ich in einer Tauschung bin, dann bin ich in meiner eigenen Tauschung und wenn ich gefährt werde, dann aufgrund des Sehns, was der Herr mir offenbart, weil er hört und nach ist. Und wenn man sie nur so verangstigt, verangstigt, sehen könnt, wenn sie erkennen, dass es für sie kein Entrinnen gibt. Und wenn sie aus der Nache gepackt werden, werden sie sagen, wir glauben an ihn. Und wie könnten sie jetzt glaubig sein, wo sie sich doch schon so weit von ihm entfernt hatten? Sie glaubten von früher nicht an ihn und verlauteten und verlauteten aus großer Entfernung nachdem, was sie wollen, errichtet werden, wie es bei denen vor ihnen geschehen ist, weil sie in beunruhigtem Zweifel waren. Weil sie in beunruhigtem Zweifel waren. Und das ist der Ende dieser Kapitel. Und das ist am Anfang. und das ist Bemäßig Gegeben B